Hallo liebe Leute, willkommen zurück. Wir sind nicht mehr im, 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 wo waren wir überhaupt Sturmgipfel. Wir sind jetzt im Tal, der der verlorenen Hoffnung soll heißen in Eiskrone. Schmerz! Ich würde sagen, und der Blödmann ist auch dabei und naja. Hilfe, ich werde in einem Display gefangen gehalten. Ja, ist klar. Keine Keksfabrik mehr oder was das war. Was? Das war eine Glückskeksfabrik. It's Cesareans! Yay! Yay! Nichts als Spaß und Spiele. Oh ja, das kann ich mir bei ihm wunderbar vorstellen. Oh, das habe ich auch noch. Cool. Tja, haben wir eine Quiz, die wir zusammen machen können? Aber mehr habe ich jetzt tatsächlich nicht im Moment. Dann biegen wir mal um. Ich weiß, welche Quiz wir zuerst machen. Schredder, Schredder, Schredder. Folge mich! Ich versuche dir zu folgen. Ich achte gerade nur auf diesen Punkt da. Wir machen jetzt den Kreuzfahrer-Turm. Das sind die Quests, die ich nämlich schon gemacht habe. Oh, da kann ich dir nicht helfen. Ah, genau. Der kommt ja auch noch. Egal, dann kommentiere ich einfach mit. Ich kann da nämlich nicht mit rein. Ich bin in einer anderen Phase als du. Boingi, boingi, boingi. Aber das ist super geil zu machen. Tot. Hm, wir könnten auch mit nichts als Spaß und Spiele anfangen. Dann müssten wir mal genau in die andere Richtung fliegen. Oh, Junge! Okay, dann fliegen wir... Vielleicht müssen wir das andere gar nicht machen. Boah, ich bring dich um. Hallo, liebe Abonnenten von Kimmikodungs. Findet ihr das witzig? Daumen hoch für RTF! Arschloch, 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 Arschloch. Es ist dasselbe. Was ist jetzt auf einmal hin, ey? Er ist schon wieder verschwunden. Da ist er. Ich sehe ihn. Nein! Wir nehmen die Verfolgung auf. Los, Drache, kurz sie voll. Ja, ist klar. Schneller, du blöder, weißer, hässliche Greif. Du musst mich doch ohne Probleme einholen können. Ich komme dir ja auch gerade näher. Yay, Allianzenschiff. Wo ist der, wo ist die Urkansammer? Für die Allianz! Vorne! Was mit dem, du fliegst ja jetzt gleich eh auf meine Aura mit, du Sack. Aura, Aura, was für eine Aura? Seife, Seife, was ist Seife? Ach, ja. Das muss ich dir auch noch beibringen. Hm. Was? Jehoha. Hey, guck mal, da vorne ist Kittun. Who the fuck ist Kittun? Katullu. Ja, ist klar. Moin. Ist doch gar keiner. Meinst du dieses dumme Auge? Was? Wurde gerade sagen, nicht. Wah! Schießen! Wah! Wah, 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 wah. Einfach schießen, du kannst ihm eh nicht ausweichen. Wie schießen, hä? Du hast so einen Augenschmerzblaster. Sag doch mal einen Ton. Was hast du selbst Augenkopf? Nein, ich hatte meine Augen auf dem Auge. Schreib dir eine Kommentare, ob sie Augenkopf hat. Alter, nerv nicht. Was ist dein Problem, ey? Ja, sie hat auch geschossen. Wuh, 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 wuh. Oh. Njau, 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 njau. Todesstrahl. Was wir hier machen, ist, dass wir das Schattengewölbe zurückgewerben für die schwarze Klinge. Ja. Damit die quasi einen Stützpunkt in Eiskrone haben, um davon dauernd aus dann die Zitadelle anzugreifen. Das sah voll eklig aus. Das war total eklig. Ich fliege. Ups. Du hast es schon die ganze Zeit. Wuh. Boah, ich komme mal schnell. Hm? Im Kopf bin ich ihm schnell gefallen. Wunder dich das. Ich lande in einem Gegner. Nein! Oh Gott, oh Gott. Was würdest du das ohne nicht tun hier? Lande Leute, Freund und Helfer, mohaha. Naja, geh von mir. Aber so geht's halt schneller. Ich bin ein wunderschönes Team-Equip. Ey, wenn mich heute noch einer anflüstert, ich krieg grad so die Vollkrise, ey. Heute ist es wieder ganz schlimm. Alter, es ist mir scheißegal, was du für eine Gilde hast oder ob du nicht oder was... Alter, Mann. Erst ab 70. Und ich nehme auf, du Kackboden. Mann, oh Mann. Was er natürlich nicht riechen kann, aber es nervt. Heute gehen mir alle auf die Eier. Du bist auch so ein dämlicher Wichser. Du bist so ein blöder Wichser, weißt du das? Dämliches Arschloch. Da kommst du mal her und willst das Quest an oder so? Hm? Vielleicht willst du das Quest mal aktualisieren oder so? Was denn? Hier ist ein Questgeber. Na, 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 na. Wo? Hier ist ein Quest... Hier müssen ein Fragezeichen sein. Ja, noch sehe ich keinen, sonst wäre ich hier hingeflogen, Mann. Dapper, dapper, Tupi. Was steht denn da in der Ecke, der Pisser? Übrigens bin ich hier nur als Heiler mit dabei. Ich bin ja schon der mit 80. Ich schlage hier nicht. Ich sehe hier kaum Schaden. Es tut mir leid. Ich werde mich bemühen, mehr Schaden zu... Pullen mal so 30 oder 70 Mobs zusammen und ich halte das mit einem Cast gegen. Hm, das ist eigentlich gar keine ganz verkehrte Idee im Moment. Wuppi, gute Idee, yay! Passiert ja wirklich selten genug. Er hatte eine gute Idee. Spackoll. Gut, das ist ein Caster, der da nicht. Ich habe ein Spuckseil und das komische, den komischen Dolch. Toll, hier sind zu wenig. Hier kann ich überhaupt nichts zusammen pullen. Hallo. So, wo war gleich mal eine Heiltaste? Moment. Selbst wenn. Weißt du, was passiert, wenn ich die Bubble anwerfe? Zack. Ich würde die alle umhauen. Das würde passieren. Die würden dir so einen in den Arsch braun, ey. Ih, bist du wieder pervers. Ja, aber homo, ey. Aber homo, ey! Naja, hallo, in den Hintern? Egal. Oh, ist gut, ja. Die Geister, ich versenzen. Du auch. Ich finde es so geil, diese, äh, was heißt das eigentlich? Gebet der Besserung in den Kopf zu schmeißen. Na, er klaut mir mein Mana. Komm mal mit her, du Idiot. Oh, ist der Monday. Der hört ja echt gut und schnell. Swing! Oh mein Gott! Diese Kuppel wird immer kleiner, bis sie dich zerquetscht. Was macht das Ding überhaupt? Heil! 25% Schaden verringert. Doink! Toll! Kann ich selber. Heiliger Wächter! Aber das gilt für alle anderen, nur nicht für mich. Das ist ja so behindert. Das hat doch so wenig Sinn irgendwo. Naja. Oh mein Gott! Ist mir ausgerutscht. La la la. Ich habe Flügel! Ich bin ein Engel! Wuhu! Ich bin ein Engel! Yay! Seht mich an! Ich bin ein Engel! Hier, oh mein Gott! Ey, 25.000! 37.000! Alter! 40.000! Ich hatte gerade 40.000% Agro. Wo geht's noch? Ja, wie gesagt, ich hatte schon nur 2 Millionen. Ja, ist klar. Oh mein Gott! Es gibt keine Grenze mehr. 100 war ja früher die Grenze. Und das haben sie aufgehoben. Du kannst ja so 4 Agro haben, wie du willst. Hä? Ja, ohne Scheiß. Warum? Keine Ahnung. Und ich hatte halt mal mit meiner Katze voll gekrettet. 50.000 gekrettet. Da hatte ich plötzlich 2 Millionen Agro. Okay. Das sah sehr interessant aus. Und dann war ich tot. Vielleicht kann man sich so ausmalen. Ja, aber wohl eigentlich. Das ist einfach für den Tank einfach, weil er keine Obergrenze haben kann. Mhm. Okay. Ja, nicht nur der Tank nicht. Gott sei Dank, wenn die Didis voll draufknödeln ist trotzdem ziemlich schnell kaputt. Oh! Das behinderter Scheißspuk bleibt hier! Mann! Oh, meine Ohren! Meine Ohren sind tot. Also du Weichei. Meine Ohren! Du hast überhaupt keine Ohren, ey. Du weißt, was du da hast. Zack. Der Schild rumgecastet. Mann, bin ich gut. Boi. Noch ein Schild. Juhu. Thanks a lot. Drei Schilde in Folge und was weiß ich was. Ah, nicht da runter. Hier hoch. Ein Paladin und ein Priester. Einem heiligen Gespann. Mein Schild ist viel hübscher. Mein Schild ist viel besser. Ist ja gar nicht wahr. Da kannst du vollen Damage-Dillen machen. Und in diesem dämlichen Scheiß-Bubble kann man gar nichts. Doch, kannst du zaubern. Kann man. Upschleuchten kann man. Das ist theoretisch tatsächlich sehr von Heiler zu empfehlen. Swing! Ich weiß, ich habe keinen dritten Swing. Nur die beiden. Es gibt Schlimmeres, glaube ich. Exorzismus-Putz! Exorzismus-Putz! Na, und von welcher Sendung ist sie ein Fan? Von gar keiner. Das habe ich von Marlon. Und er hat von dieser Sendung. Ich weiß, no, und deswegen hasse ich sich ziehen. Mag ich das doch nicht. Was ist denn das für eine Guck? Nackte Logik. Naja, davon bist du, Schreiber-Fan. Du benimmst mich nämlich jedes Mal. Wüss! Ich fühle mich gar nicht wie die Muschi. Was willst du eigentlich, ey? Probleme mit mir oder was? Komm nachher, ich heile diese weg. Ich will dich locker kaputt machen. Du hast... Ich mach dich gleich kaputt. Wow, du hast 6.000 Lebenspunkte weniger als ich. Du bist ja auch voll epic, du Arschgesicht. Ja, und nur T9, man. Ist wirklich nur. Aber egal. Oh, ist das schön, voll epic zu sein. Die Kader, aber ich fehle mir noch zwei Sachen. Ohoho. Ja man, ich kann mir morgen erst meine... Meine T10-Hose kaufen. Äh, T11-Hose. Mimimi-mimi-mimi-mimi. Swing! Das mache ich jetzt immer so. Ist gut. Bitte nicht. Können wir ruhig was von ihrem Geißel abschaum da droppen. Wollte sagen, ignoriert mich nicht. Kommt ja... um die würde ich aber auch noch alle lockert anleinen der garan im kräftigen furchtsam eine fähigkeit und mein Gott ich werde von Lichtwellen getroffen schon einen Balken voll ich auch dunne ich lüge nicht was bist denn du für eine Frucht eine hole ich bin LTF mein Leben ist mein Geschäft warum steht bei mir Kultistenroute 1 von 1 und bei dir 1 von 4 eine Frage für was verbuggt ist ich habe doch gesagt, dass es verbuggt oh was ist denn das meine Kamera spinnt gerade voll ab hier ich habe doch Hunger auf Hände ich treffe auch kein kritischen mehr, ist total komisch komm her, put 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 oh, kann ich dich jetzt mal kritisch treffen? kein Krit kein Krit, kein Krit ich habe meine Kamera so lange raus, bis ich bei dir Kritten mache, das darf doch nicht wahr sein oh man 19 Tage später Kritt schon 15.000 Mal O.M. muss ich mal gerade in Krankheiten so, ich habe alles ich muss nicht hüüüüüüüüER Ahschloch uit ja, wenn du mich damit aufziehst, bist du auch ein Arsche Oh mein Gott, ein Gewölbespuck Nein, sie heißen ein Gewölbespuck Aber ich finde Gewölbespuck voll geil Ich sehe so viel besser aus Stimmt nicht, stimmt nicht Komm, stell dich mal neben mich und wir lassen die Abonnenten entscheiden, wer besser aussieht Na, wer sieht besser aus Also ich sehe auf jeden Fall Jünger und vitaler aus als du Du siehst aus, als hättest du dich irgendwie in Toaster geknallt Ich sehe cool aus Und ich habe graue Haare hier angeärgert Muss man sich auch verständlich beleidigt Geflamed, gefoltert Geküsst Das ist ja nur das halbe Equip, so sieht es eigentlich aus Das sieht so geil aus Wie war das? Ah, ich bin so ein Vollbun Du Arschloch Was? Gibst du eine Fotze, weißt du das? Hau ab, Mann Es ist gar nicht aufgefallen, dass ich da direkt vor dir stehe Nein, ich habe unten auf den Kicks geachtet, Mixer Ja, ich habe ein Crit gemacht Ja, wuhu Das muss ich nur noch am Leben erhalten Ja, weil ich ja auch so furchtbar übelsam abnibbeln bin Ja, ich muss mich total overheal hier Ja, ne, hallo Damage Mowel 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 Oh Mann, ist das eine scheiß Quest hier Was? Was? Dieses Ding kriege ich doch von so einem Fleischklops, oder? Von so einem ach, ich habe keine Ahnung Von allen Nur nicht von denen hier Von allen Nur nicht von denen hier, also nicht von allen, du Knallkorb Ne, nur von den Gruen und den Zombies Ich habe nicht weitessen Zombie-putz aber ich muss sich heilen Klatsch krassen Sache mit den Worten verabschiede ich mich erst mal mit meiner Omi und nichts du siehst aus wie eine Omi von hinten hab dich voll gepforzt, dich für nichts zu hören bis zum nächsten Mal, ciao bis zum nächsten Mal